So Leute, willkommen zurück zu Jürgen der Saison, Milder Joghurt. Neue Leute dabei, Henner Blatt, Fischkopf, alle Profis wieder auf der Kamera beraten. Was hat er gesagt? Ich hab keinen Fall über das. Was hat er gesagt? Ich glaube, herzlichen Dank. Was Marcel euch sagen will. Herzlich willkommen zurück zu Milder Joghurt. Heute ist er nicht dabei, also sprachlich, nur so stark deliziert. Also letztes Mal hat er hart rumgebrüllt, deswegen haben wir einfach gesagt, komm Junge, oh, ich muss hoch. Ja, Waller, wir gehen hoch, Fischi. Ja, wir gehen hoch. Komm hier, Fischi, Fischi. Mach so rum mit. Ja, ich hab Stitches frei gespielt. Gehen wir alle zum Kuckpunkt? Heiliges Licht. Ja, ich komm zum Kuckpunkt. Wir müssen zum Kuckpunkt. Kuckpunkt. Ich bin am Kuckpunkt. Warte mal alleine, Botland, ich geh mit Kuckpunkt. Hallo. Okay. Oh, daneben. Strahl! Okay, und wie ist jetzt der Plan? Ja, warte. Warte, sie holen den Kuckpunkt. Den Kuckpunkt. MG! Der Alex rattert da durch. Macht er denn da? Ich stand das wie. Yo, Strahl! Nein, ich wegschubst. Das ist Mörkai, der muss aufgehen, Leute. Okay, ich geh, ich geh mitte. Okay, ich geh oben. Ja, dann geh ich nach unten. Äh, einen brauche ich noch mitte, ich hab hier zwei. Ja, komm ich mit, mitte. Ich bin ja mit Fischi. Ja, ja. Hast du dir eine Taktik ausgedacht? Ja, ich mein mit Erdbeer-Joghurt. So. Hast du dir eine Taktik ausgedacht oder nicht? Was ist denn das hier? Hau da drauf, bevor das wächst. Oh. Achso. Ich weiß ja nicht, was ich gemacht habe. Okay, Mörkai töten ist immer so mittelsinnvoll, habe ich gehört. Dann knall mal drauf. Ich geh. Ey, der macht sich irgendwie kaputt. AAAAAAAH! Ey, mal nicht so laut, bitte, ja. Ja, du musst reden. Das wirst du nächstes Mal auch hier, äh, ne, rausfallen. War das, war das jetzt, weil du so gut bist, konntest du den Schaden kalkulieren? Ja, richtig, genau, deswegen. Sollen wir alle nach oben gehen? Ja. Äh, nee. Alle in die Mitte gehen? Macht ihr beide mal oben, äh, in die Mörkai töten. Wir hören hier auf, Alex. Ja, und die Bond-Line und die Mitte gehen in die Mitte. Okay! Die Mütze geht in die Nase. Okay. Aua, aua. Okay, ey, wir ballern hier oben schon drauf. Das klappt gut. Ja, nur, ich brauch hier Hilfe mit dem Ding. Ja, wo seid ihr? Was? Okay, ich komm mal. Ja, ich kann dich ja handeln. Okay, go, go, nicht da auf. Okay, es läuft, es läuft, es läuft. Aber die zerschießen, die zerschießen unsere Base. Wir müssen wir den, wir helfen, den Kreis. Wir müssen wir töten, ja. Okay. Okay, hier oben läuft schon mal alles Erdbeere. Ja, Erdbeere hier oben. Ein bisschen Stratzer Teller. Hey, hier unten, hallo, Hilfe. Nords. 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 Seht euch zurück, rück zurück. Ne, wir nicht. Wir machen weiter Erdbeere. Ja, ihr macht da oben schön weiter. Erdbeere, in dein Gesicht. Sie kommen, sie kommen, sie kommen, jetzt kommen wir weg, jetzt kommen wir weg. Okay, weg, 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 weg. Aber dann ballert der nicht weiter. Haben wir einen Heiler? Doch, der heilt weiter, ballert weiter. Ja, haben wir. Die letzten Schutze macht der immer weiter. Wir können drauf gehen, wir können drauf gehen. Ja, wir gehen drauf. Hier, ich stun ihn, ich stun ihn. Ja, stun ihn! Oh mein Gott, das ist ein gutes Kran. Yes! Oh, ich heil dich! Oh, ich bin gekommen. Ich mein, ich mein, ich mein, äh, Himbeere. Oh, oh. Das ist der Code für, ich bin gekommen. Ja, das ist der Code. Okay, gut, ich mach weiter Botlane alleine. Äh, Automatscheangriff verrehen. Okay, ja, okay. Warte, also eigentlich. Sollen wir da helfen gehen? Ja, gerne, hier, drauf auf das, achso. Oder, oder Kopppunkt. Von unten kommt, da oben. Oh, oh, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe! Nee, nee, ich heil dich, alles klar. Ich bin wieder der Heiler, merkt er? Da läuft es wieder. Oh, oh. Unten raus. Wo wollen wir, oh, schade. Oh, schade, schade, schade. Machen wir jetzt noch Sachen jetzt hier, oder? Okay, den können wir eventuell haben! Bam! Okay, wollen wir wieder back, wieder back, wieder back. Crazy shizzle. Oh Gott. Ab dem Mistel. Ich hab gerade wieder, ich hab mit 8 AP überlebt. Was machst du denn da? Du weißt ja gut, also. Oh, er freut sich. Wer muss runter. Das ist mein perfektes Ausnutzen. Oh, die wollen hier in der Mitte, die wollen hier in der Mitte kacken. Oh, aua. Ja, aber ich dachte, die holen die XP und so. Okay, ich bin ja noch mit, jetzt hier los. Ihr müsst Bescheid sagen, wie ich kommen muss. In sein Gesicht. Wenn ich hier ein Bären muss. Ja, einfach drauf auf den Teig ist, der ist da alleine. So, jetzt ein Hook hinterher, ein Hook, ein Hook. Ja, ich hab noch 2 Sekunden Abklingzeit. Ja, dann nicht, dann nicht. Ihr seid doch, Alter, ihr seid, Alter, ihr seid noch schon Babys. Alter, wie dieb seid ihr? Mann, ihr seid voll die Diebe. Ich komme. Quatsch. Räuber. Ich sag, halt nochmal. Uta. 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 Was hast du gesagt? Hast du irgendwas gesagt? Free damage. Hast du irgendeine Frucht gesagt? Oder ne Nuss? Verdammt. Was war denn heil? Oder ne Nuss. Nuss. Was nehm ich denn, äh, Gegnernuss? Was? Äh, ja. Ich hab den Uta übrigens noch nie gespielt. Obwohl, ne, du hast ja schon Fullbild, ne? Komm hier, den haben wir! Oh, jetzt! Und gestunt, du Nutte! So! Schön weg, Entschuldigung. Ich piep's raus. Hahaha. Danke sehr. Das war schon... Soll ich nach oben? Ich geh nach oben XP holen, okay? Ich mach den Sack voll XP. Die machen unten. Oh, der, der Teppich, wollte ich gerade sagen. Ich hol den, äh, Punkt hier zum Sehen. Hey, da ist Nintendo! Sag mal Hallo! Hallo! Sag mal, sag mal Nintendo! Hahaha. Warte, ich, ich komm hier von hinten und hau den weg, ja? Warte. Ich komm von... Leute, ich komm von hinten und stun den, ja? Der ist in der Mitte, kommt hoch! Der ist in der Mitte, kommt hoch! Achso, okay. Der ist doch geil. Ich komm auch hoch. Dann, dann machen wir den. Wohin wärst du hoch? Ja, aber der ist schon wieder weggelaufen. Der ist schon wieder weggelaufen. Entschuldigung. Ich versteh dich nicht. Ja, ich hab verstanden, was du gesagt hast. Oh, oh. Wie sollen die denn zwei so komische, zwei so komische Froschfiecher da? Ja, das eine ist so ein Heilfroschfiecher. Ja, die wollen unsere, die wollen unsere Typen nehmen, unsere Belagerungsriesen. Hier. Oh, oh. Oh, oh. Nein, 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 ich bin Schwein. Gegen, 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 gegen. Rauf, rauf. Oh, shit. Mach ich alleine. Kein Thema. Alex, mach da unten. Komm, wir gehen auch hier oben weiter rein. Das sind zwei Heiler, oder? Mach ich alleine. Ja, ne, der eine ist kein Heiler, der Murloc ist einfach nur kacke. Und der hat hier irgendwo ein Ei gelegt. Der Murloc legt Eier. Und wenn er stirbt, ja, du lachst. Du lachst. Er hat ein Ei gelegt. Ja. Ja. So, wir gucken mal, dass wir Bosslein ein bisschen gepusht kriegen. Wie? Ja, wir pushen hier oben. Marcel sagt ja, wenn du verstanden hast. Ja! Ja! Sag dicker Penis, wenn du verstanden hast. Dicker Penis! Ja! Äh, soll ich, soll ich hier einen fressen? Ja, ne? Ich fress einen. Jawohl. Und die? Oder auch Gorge nehmen. Oder halt die, äh... Ne, ich hab jetzt fressen genommen. Das find ich witziger, wenn ich mit den Leuten spazieren gehen kann. Ich komm mal hoch, warte. Das sind so paar... Hallo, mein Name ist Stitches. Ich mag lange Spaziergänge. Ja. Am Strand. Und? Und ich schwimme gerne. Und ich schwimme gerne. Ich komm hoch. Komm, den haben wir! Ne, den haben wir nicht. Und das bringt auch eigentlich gar nichts, den zu haben. Aber wir können... Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Geh mal... Was ist denn da unten los? Sag doch was, Tenendo! Nein! Oh Gott, von hinten! Oh mein Gott. Ja, aber die zwei sind so mega low! Was sind das hier alle? Ist voll die Parade! Weiß ich noch nicht. Ich hab Hunger. Ich will den fressen. Ich bin... Nein! Ah, nein! Nenn mich noch einmal Arschloch! Bäm! Arschloch! Danke! Ich weiß, ihr meintest total lieb! Warte, die haben hier oben Piraten! Was? Die haben Piraten, krass! Du denkst dir Sachen aus? Was für Piraten? Oder was... Die haben... Nee, das sind Sultane! Ja eben! Er hat zu viel sauren Joghurt. Sultaninen sind das! Zu viel saurer Joghurt! Hier, lass mal das nehmen! Ah, verdammt doch nicht! Lass Mitte nehmen! Ja, Mitte! Lass sie hart nehmen! Lass sie nehmen! Ich bleib oben für EP! Schade, dass ich nicht aufs... Nichts... Nichts... Ja, dünner! Ja, ja! Aber er hat sich's gemerkt! Ja, er hört uns ja auch! Aber... Das Aktivierung ist gut! I'm coming! Jetzt wird geböllert! Pew, pew, pew! Aber das ist ja total easy hier! Kannst du... Kannst du den Brightwing grabben? Die haben den Boss geholt! Die haben den Boss geholt! Die haben den Boss geholt! Warte! Ja, aber das hier ist Merewolf, oder? Ja, natürlich! Ja, na geht! Die holen sich jetzt gleich die Botland! So kommen wir... Warte, warte, warte! Nein! Ach shit! Da war ja noch einer inzwischen! Jetzt komm... Jetzt kommen die! Oh, den haben wir! Guck mal, den fresse ich und den bringe ich jetzt hier rechts wieder raus! Oh ja, cool! Dann kann er mich töten! Ich kann ihn vielleicht standen! Ja, ich stand ihn! Oh, wo ist er jetzt? Doch! Alter! Unspass! Ja, wir haben ihn... Okay, wir gehen jetzt runter! Oh! Verteidigen! Einer bleibt hier und der Rest... Äh, ja, ich geh mit! Ich geh mit! Ich geh mit! Auf Gas Low! Tschüss, Tenendo! Tja! Wir sollten nur noch so aufnehmen! Wir sollten... Wir müssen den Boss machen, Leute! Wir müssen den Boss machen, wir müssen den Boss machen, Leute! Unterwegs! Ach so da! Alter, was? Das ist ein riesen Spinnenboy! Erdbeere! Irgendwas... Äh, schreit hier grad rum! Was ist das? Hilfe! Hilfe! Ach quatsch! Hilfe! Hilfe, meinste? Was ist denn ein Wirkling, bitte? Tauber-Shield! Äh, das ist kein gutes Talent! Warte, was hast du denn? Okay, wir haben keine verbündete Hände, dann haben sie nö! Probierte Dauer vom Einträchtigung, das hört's sehr gut an! Mh, nee! Oh, das soll man mal Lager holen? Vergrößert den Bereich von zuschlagen! Ja, genau das! Ja, Lager holen! Wow! Okay, der Bereich ist sehr viel größer! Ja! Das ist total geil! Später auch für uns dann! Hey, hier ist so ein! Oh, wer ist denn? Okay, ich komme, ich komme! Oh Gott! Haben wir! Nein! Haben wir! Du hättest reinrutschen müssen! Wie jetzt? Ja, rutsch doch! Kam nicht dran! Ja! Und ich bin halbtot! Ach, wir machen das schon! Ich kann nicht erheilen! Dafür ist er doch da! Das ist Maki! Wieso ist denn der? Oh Gott, da ist Tykes! Ich hab dich doch grad noch gemacht! Mach den fertig! Ja, ich fress den! Geil ins Gesicht! Ich hab die so gut gebaitet! Jawohl! Tykes is down! Komm schon! Jawohl! Oben haben wir noch einen! Ja, weißt du, wir killen die... Ihr! Ich kann nicht stun! Da ist der, 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 der! Der, 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 der! Wir splitten gerade ein bisschen! Oh nein! Der, der hier bleibt! Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir! Das hat er, hat er gut! Wunderbar! Dann nehmen wir jetzt die hier ein! Ja, ich debfe oben! Ja, oben ist wieder ein Gerüppchen! Ja, okay, das machst du! Geil! Ich mach das alleine! Wir killen die wieder zu Tode, aber es bringt uns nichts! Ja, weil, ja! Genau! Ja! Ja, weil die Objektivs mehr machen! Wir sollten nicht so viel killen! Wir sind die Late-Game! Ja, wir sind die Late-Game, äh, Komma! Äh, 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 äh! Wir sind levelmäßig gleich auch! Himbeere! Late-Game Himbeere! So! Was machen wir jetzt, Alex? Die haben alle Lager geholt! Äh, auf die, auf die Lanes und EP-Farm verteilen! Und Bot-Line, 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 Bot-Line! Alle Bot-Line! Alle Bot-Line! Wir versuchen jetzt sofort einen irgendwie aus dem Spiel zu kriegen! Auto! Himmel! Gesundheit! Penis! Busbahnhof! Ähm, Busbahnhof! Äh, Lenkrad! So, pass auf! Wir trappen die hier! Was ist? Wir trappen die! Sobald wir die sehen, dass die hier runter kommen, wir fangen erstmal noch nicht an! Wenn du einen ziehen kannst, würde ich das schon machen! Ja, aber du nicht so einen behinderten Frosch da, oder? Da, Brightwing will drauf! Nee, kein Frosch! Und jetzt Brightwing! Go, 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 go! Go, go, go! Go, 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 go! Bamf, bamf, bamf! Ja, schön! Jetzt hier, der noch auch! Sauber! Der noch auch! Und jetzt der noch auch! Okay, ich verteidige mit! Ich verteidige mit! Ich verteidige mit! Okay, geil! Okay, wir machen den hier! Ey, den läuft! Ich kann euch heilen! Ey, das ist so sexuell! Den läuft! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich heil dich! Easy! Easy life! Ey, wieso ist das so leicht? Das ist so einfach! Es ist einfach milder Joghurt! Es ist einfach das Synonym für einfach! Komm schon! Soll ich dir da jetzt durchführen? Ihr macht das hier unten schon, ne? Jawohl! Du Dreck-Sau! Du stirbst auch noch! Bam! Ja, Mann! So geil! So geil! Danke! Ey, wir sind gerade voll cremig am rocken hier! Ja, das ist so ein cremiger Joghurt! Ja, weil wir zum Tryharden sind! Ja, weil wir zum Tryharden sind! Ja, weil wir zum Tryharden sind! Weil wir zählen leise ist! Ey! Okay, nach Hause! Außer in meinem Hintergrund! Topverteilen, Mitte verteilen! Ja, da ist gleich ready! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay! Ja, da können wir gleich wieder hin! Wir müssen aber erstmal Basis verteidigen, Leute! Wir dürfen kein Fort verlieren! Oder kein Festung! Okay, okay, okay! Ich bin Mitte, ich bin Mitte, ich bin Mitte! Crazy sexy! Und jetzt kommt der Go! Jetzt kommt der Go! Da geht der Uta rein! Der geht da rein! Uh! Tja! So, hier, ich baite dich, ich kann mich nämlich heilen! Du machst das weiter! Ich liebe dich! Alter, wie schnell das ist! Ja, der hat Sprinten dabei! Warum du das? Damit er wegkommt! Er hat einfach nur Nikes! Wir holen uns den Beobachtungspunk! Punk? Aha! Ja, muss mal draufklicken! Ich mag keine Punkers! Warum nicht? Warum nicht? Klick mal drauf! Mir geht so komische Frisuren! Gut! So! Hier, hier, hier! Ja, hier! Ja, hier, hier! Wart mir! Warte! Mitte, 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 Mitte! Nee, Boss, Boss! Oh ja, Boss, Boss Boss! Boss Boss! Boss Boss! Dem fehlt einer, die können den nicht contesten! Boss Bottle! Ey, was machen die da in unserer Base? Kann, äh! Ist mir egal! Wir müssen den Boss holen! Kaffier, IED! Ich glaube, dass das egal ist! Na gut, ich will auch gecallt! Ja, ich komme! Vielleicht ist der Boss okay, wenn wir dafür einen Vor verlieren. Yes! Soll ich back gehen? Ja. Okay, ich geh back. Okay, go, go. Das Lager hier. Oder nee, Taikus zuerst. Okay, hier hinten ist nix. Werde ich jetzt schon wieder anrufen? Ich bin total los, dass du nach Hause gegangen bist. Kannst du haken? Ja, natürlich. Der war ja auch gesatt. Zu leicht. Dann mit dem Boss einfach, oder? Nee, lass den Boss mal laufen. Wir holen uns die beiden Tempel. Oben und Mitte. Zwei Top, drei Mitte. Okay, ich gehe mit Mitte, weil ich nie la bin. Dann gehe ich um. Okay, Marcel geht Top. Ja. Dicker Penis. Dicker, komm. Oh, Leute. Leute, kriegen wir den? Ja, Mann. Oh, der Todesölkir des Todes. Was, ich kriege die Tropfen im Pool? Was denn? Nee, ich kriegste nicht. Komm, lass lieber den Boss hier machen. Doch, nein. Okay. Wenn du da nicht so rand nach angehst, haut er auf mir rum. Wir haben hier, du hast das Gebäude noch gehabt. Achso, ja. Geh ich nicht so. Warm's, warm's, warm's. Boah, jetzt kriegen die aber da einen rein, Alter. Ja. War super hart. Ja, Laser Attack, Alter. Das ist alles unser Kavalier-Pirat-Stratege, ey. Soll ich nach Hause gehen? Ich hab den Boss nämlich geholt, damit ich... Ja, lass mal nach Hause gehen. Wir brauchen jetzt nichts mehr tun. Nein, Mann, Merkai. Okay. Ja, Botlane ist ja wieder so. Jetzt komm mal weg. Äh, Mitte durch. Hast du gerade Risotto gesagt? Ja. Nee, Otto. Ah, nee, Quatsch. Äh, äh, Botlane hier. Ich kann jetzt dann. Okay. Ja, ich... Ja! Botlane verteidigen. Oh, was ein Stress hier, ey. Echt unglaublich. Immer so strechig. Oh, muss ich auch noch Ruhestellen benutzen. Guck ich hier alleine nach unten. Nee, da ist ja schon jemand. Ich komm mit. Hier steht ein Türmchen. Ey, wir sind... Aber die dürfen uns das... Nein! Oh, jetzt kommen die Viecher da an. Scheiße. Es reicht mir ja hier. So. So, den fressen wir erstmal und den stopfen wir da wieder raus. Oh, der ist voll schnell. So, der ist voll schnell. Vollfressen kann erneut irgendwie so, während die Fähigkeit aktiv ist, ein Hältlinge an aktivieren. Mitte, 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 Leute. Komme. Ja. Aufsatteln, Marcel. Wo ist die Hand? Hallo. So, wir kommen von der Seite. Wir flankieren. Ach, schade. Reiten, reiten, reiten. Aber ich bin zu dumm. Lauft! Kann ich reiten, bin zu dick. Kann irgendwen den kriegen? Ich kann den stunnen. Ja! Sehr gut! Yes! Ja, nein! Hab ich, hab ich! Fällstab, fällstab! Nein! Mach dir eins. Wo ist der E? Wo ist der E? Wo ist der E? Drei Sekunden. Oh, mein Gott. Was ist hier los? Okay, dann machen wir. Alter! Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Fähig, los. Nee, nee, bist du nicht. Doch, guck doch mal. Bleib bei mir, bleib bei mir. Gib mir, gib mir, gib mir. Fünf Sekunden habe ich heal. Oh, mein Gott. Fünf Sekunden. Fünf Sekunden, solange müssen wir dich halten. Ich bin so lange. Und das war geil. Oh, die haben hier, die sind einfach viel schlauer. Das stimmt nicht. Zurückporten, zurückporten. Bin ich schon. Ich möchte diese blasphemischen Worte nicht mehr hören. Himbeer. Okay, warte, nee. Stitch ist gehoben. Top, 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 Tower. Oh, ich kill die tausendmal, aber die drücken trotzdem alles ein. Geh in den Top-Tempel. Ja, ja, bin ich. Guck mal hier. Ich möchte auch hingehen. Der beste. Ja, komm doch zu mir. Ich könnte, ich könnte. Führe mich alleine. Komme. Nee, wir nehmen jetzt gleich zur Viert in die Mitte. Mitte, geil. Du, 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 mach dir mal. Wir brauchen beide, weil die schon ziemlich tief drin sind bei uns. So, alle Mitte hier, alle Mitte. Go, go, drauf, 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 drauf. Rein. Ja, ich kann dich easy heilen. Alles cool. Ja, auf den Teiches. Geil. Ulti. Auf irgendeinem. Ulti, mach scheidig. Shit. Getaß da. Ja, aber das sieht gut aus. Geh boss, geh boss. Oh shit, ich hab hier oben so ein Problem. Ja, ich komme mal mit nach oben, Leute. Ich muss ja die Brille abnehmen, das sehe ich mehr. So. Warte, pass auf. Hihi. Ja, pass auf, ich spuck den jetzt hier oben rechts wieder aus. Okay, ihr bleibt mal schnell hier. Oh, hier, hier geht einiges. Ja. Jetzt. Oh, geil. Ey, das war richtig Zucker jetzt, ne? Oh, ja, richtig. Alter, da heil ich mich erstmal. Das ist so krass. Okay, weg. Disengage. Disengage. Ja, aber wir haben doch hier oben jetzt. Ja, ja, ja. Disengage. Ey, die rennen jetzt nach oben, da müssen wir zustoßen. Marcel, komm mal mit, da reicht einer zum Deppeln, glaub ich. Bin zu Hause, bin zu Hause. Macht mal das Lager da bei Muradin. Okay. Ja, macht ihr mal, ich bleib hier in der Mitte. Tychus hier. Dicker Penis. Go. Bin da. Das ist hier die, die komischen... Und da die Katapulte? Ja. Ey, der Hüter ist ganz schön krass, kann das sein? Der kann immer hoffen, mit Fischen nach mir zu spucken. Ich glaub, das ist ja komplett okay. Lass meine Menschen in Ruhe. So, jetzt das Lager oder wie sieht's aus? Ne, Mitte verteidigt. Hier ist einer. Ja, der ist nicht mehr lange, du. So mag ich das. So, jetzt hier ist noch einer. Dann machen wir die, komm. Wo ist er hin? Drauf, drauf, drauf. Oh, ich kann nicht ziehen. Nice. Sand, Sand, jawoll. Nice, wir legen die alle. So, jetzt irgendein guter Call, Alex. Mit dem Boss. Geil, der Boss. Der Boss ist da. Go, ich ignorier die Welle. Der Boss, aber da muss einer deffen, glaub ich. Heim mich, heim mich. Okay, easy. Geil. Und nochmal. Geil. So, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Okay, da kommt noch ein Raketenboy. Das ist besser. Da ist einer. Der hat seinen komischen Tower dahingestellt. Ja, ich hab aus Versehen, ich hab aus Versehen abgehoben. Mach den Tower platt, der ist richtig übel. Achtung, raus da aus der Bombe. Welche Bombe? Tower ist platt. Den Jungen machen. Ja, ich fress dich. Jetzt kommt er wieder raus. Jetzt, wo ich mein Kug aufgehauen habe, ne? Ja. Okay, geil. So, jetzt einfach mit dem Boss gehen? Oder einer muss deffen? Hier das Lager noch mitnehmen. Okay, LOL. Wer defft? Nee, der ist schon tot. Achso, ist er gestorben? Geil. Der ist gestorben. Der ist dumm. Ja, dann machen wir die jetzt kalt. Wir haben auf der Top-Lane am... Oh, Alter, ja! Ja, die Schreine. Lass den Boss machen. Lass den Boss machen. Äh, lass den Waller zurück. Ich geh mit Marcel zum oberen Schein. Okay, ich komme. Okay, ich komme. Hier geht's zum mittleren. Ditt, äh, Stitches und Waller Mitte. Bin unterwegs. Aufsatteln, aufsatteln. Bin vom Pferd gefallen. Und dann alle drei müssen... Müssen... Wallern. ...die einfach ballern, ey. Wallern, wegballern. So. Junge, der Boss... Ich bin da. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Mittelsbereit. Mach's oben. Achso, ich muss sich den anklicken. Ich hab jetzt nicht gehört, ob Tendendo bereit ist. Ich wage es zu sagen, dass das GG ist. Ja, Mann. Jetzt knallen die da alle drauf, Alter. Drei Schreine. Komm, hier, Marcel. Den Jungen. Ich zuck nochmal Unti. Ja, Alter. Gewonnen. Ja, Mann. Jungs, sehr schön. Ja, Jungs. Leute, das ist Ginny auf dem Teppich. Nee, allerdings. Nee, der Todesjoghurt ist Todes. Ungeschlagen. Verschimmelter Joghurt. So. Stimmt, drei... Three in a row war das jetzt... Ja, Mann. Ja, Mann. Und es hört mich auf. Es hört mich auf. Banane. Oh, guck dir mal die Erfahrungspunkte an. Das ist so sexy. 100.000. Das ist so geil. 100.000. 100.000. 225.000. Achso, die Statistik. Ja, Leute. Statistiken hier nochmal schnell so. Da sieht man, wie krass ich bin. Null Tode. 21 Kills als Heiler. Kann man machen, muss man aber nicht. Am meisten Kartenmechaniken mach ich auch gerne. Ich carry regelmäßig, ja? Ihr könnt mich auch anrufen. Dann mach ich das auch für euer Team. Aua. Er hat mich schon schlagen. Ja, richtig so. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt, Banane. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Schicker Penis. Tschüss. Tschüss. Tschüss.